Und damit Willkommen zurück. Heute direkt der Start von der Warte, denn ich habe einen großen Uxel, der ist gepackt und heute gehen wir nach, äh, wir wollen nach Astoruben, dieses Kain, Kain, auf jeden Fall sind wir gerade hier im Rundburg und müssen hier dann gleich, was wir auf jeden Fall machen, wenn wir uns unterwegs dauerhaft nochmal vielleicht irgendwo, ähm, eine Tankstelle finden, denn ich habe Hier hinten ist irgendwo ein Fußballfeld und da habe ich ein Auto entdeckt. Allerdings, da habe ich keinen Sprit. Von daher, besonders unterwegs mag es schon nochmal, wenn irgendwo eine Tankstelle finden oder auch mal anders her vielleicht ein wenig Sprit bekommen. So, wenn es hier mal kurz in den Häusern lang gewesen und dann gehen wir direkt auf die Straße hin und dann muss man eigentlich gar nicht nur proben, was hier immer so unterwegs gibt, sicherlich den ein oder anderen Kandidaten. Und ich habe tatsächlich immer noch einen Kandidaten, mit denen ich jetzt schon seit, hm, ich glaube fast immer so. Als Hauptteil geht's, was ich halt noch mitgekriegt habe. Man muss einfach ziemlich viel die Augen offen haben, um möglichst viel Obst zu winken. Und möglichst viel Pilze. Ja, also alle Bäume, auch wenn es vielleicht nicht wie ein Obstbaum aussieht, einfach abklauern. Und dann hier das meiste muss ich auch so mit essen. Letzte Bäume hat's ja gesagt, wir haben gegen Feuer machen und das ist auch alles kein Fehl. So, bevor das jetzt nicht ist, ähm, ich vergesse den Namen. Ich kann's einfach nicht mehr. So, jedenfalls gegen hier lang und dann so weiter da oben. Also das Haus ist es noch nicht. Einfach bis schnell. Und dann, damit es dann halt etwas schneller geht. Da brauche ich auch schon drücken. Ich glaube, ich habe es über den neuen Rucksack. Und jetzt haben wir einfach zu anderer Maier. Etwas direkt. So, da gehen wir schon. So, dafür. Schuhe. Braucht nicht. So, hier. Stuhl. Vorne, zum IDE. Defekt, was sieht. Und wir gehen gleich weiter. Ich gucke jetzt hier natürlich etwas schlammig, weil hier war ja wirklich schwerer Tintere. So, das ist bloß eigentlich mehr. Und zwar müssen wir, ähm, wieder Straßen und hier ab. Wahrscheinlich werden wir dann hier auf jeden Fall gewusst. Das heißt, auch dort dann beachten. Obwohl der Tag, ich glaube, jedes Monat noch relativ lang sein soll. Ah ja. Mal schauen wir mal an. So, hier werden wir jetzt auch nicht reingehen. Was ich allerdings mal bräuchte, wäre irgendwie Pum. Ich dachte, jetzt weißt du mal, dass die Symbole wäre. Aber irgendwie. Nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt hat es auch Obst geteilt. Das ist mir eh nicht verrastet. Ja, wir schauen mal. Ich glaube, irgendjemand tunmelt sich hier ab und zu wieder so rum, weil, da wo ich kein ganzes Zeug gesammelt habe, gehen wir ja bis zum nächsten Mal. Lagen plötzlich die Zelte von dem Generator vor. Also, keine Ahnung, ob das ein Geschenk für mich war oder ob das Zufall war, wenn es das Spiel eben so generiert hat. Aber ich will von der Szene sperren, wenn ich was rein hier. Was bist du da? Aber ich dachte gerade von der Entfernung, dass wir noch nicht ziehen gehen. Was ich noch herausgefunden habe, ist die Schuhe, die hier ist irgendwie gleich so weit. Ich glaube, ich brauchte was zu legen für einen Infizierten. Zum Beispiel, das war doch schon einer. Dann zeige ich mal irgendwie das Zeigen. Das ist nur mit Aufbau, wenn ich das mal plötzlich... Ich... Ich wollte nochmal da stehen. Sieh da nicht, ich sehe da nicht. Hier, noch ein Schreck. Aber hier sieht dich. Das ist mit der Schreck. Okay, ein Homo, ein Bein Homo, gut. Okay, der hat nichts dabei, der ist auch irgendwas dabei. Okay, und zwar Kohletabellen und eine Leuchtwacke, wenn jemand vorbei ist. Ich werde etwas bringen. Okay, das erstmal. Jetzt bin ich echt zu früh, das können wir nicht hochstellen. Okay, da brauchen wir es. So, jetzt nehmen wir es raus. So, dann sind wir doch ziemlich schön bereit. Jetzt schon. Das Ding ist fast schrutt. Naja, egal. Dann kommt drüber noch einmal. Und hier auch etwas raus mit. Und dafür, dass die Schufe dann halt so mega krachen hat, ist es mir echt lieber, die Mitmesser zu versuchen. Das klappt ja meist relativ gut. So, jetzt. Hast du was dabei? Ja, der hat auch die Tabletten dabei. Brauchen wir es aber nicht. Also komm ich jetzt bis jetzt nicht mit. So, gucken wir uns das drauf. Drei ein bisschen. Ich hab natürlich in mir einen gewohnt. So, ne? Drei zu machen. Da sprich jetzt noch etwas raus. Und dann gucke ich noch das Ganze an. Wie es aussieht, gehe ich verdrehen. Das ist doch gerade irgendwo. Mach's nicht. So. Muss ein leichter sein. Deswegen. Ich hab mal gemeint. Viel nachgehör zu arbeiten. Weil, das bringt ein Riesenmeister. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Das ist schon aufgefallen. Und hier haben wir. Da tatsächlich ein LV. Okay. Ja, das merken wir uns einfach mal vor. Hat da halt kein Übertrieb von. Ein Licht. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon vorbereitet ist. Was mit. Was mit dir. Okay, das ist mal einfach. Hier fehlt. Auf jeden Fall. Wo ist der laut? Kann sich hier erstmal hinten. Ich ziehe jetzt mal wie du ausst. Ich verstehe jetzt mal den hier nicht. Guck mal. Nicht dass wir hier eine böse Überraschung kriegen. Da ist noch einer, ich will erstmal den haben, noch möglichkeit, schau der dreht sich jetzt nicht drum, kann ich es natürlich nicht um die Fenster, so komm hier, ok. So, was hast du dabei, irgendwie gerade gar nichts, wo ist er denn, jetzt hier, ne, ne, ok, funktioniert nicht, auf jeden Fall müssen wir das mal jetzt hier oben in den Brunnen haben, so, da ist einer, da hinten ist auch noch einer, ok, da brauchen wir halt eine Tankstelle, dringend hier habe ich eigentlich genug, schau das mal an, das ist noch ein bisschen schneller, wenn wenigstens die Infizierten von normalen, vielleicht ging es den auch noch, ok, die haben, äh, dann streichen, so, und Vitamina-Bilden, nehmen wir natürlich nur mit, weil die kann man immer brauchen, so, und hier zum Ausgleich der Leichtigkeit noch eine Moe. so, und hier, Tape, das muss man hier, weil Tape habe ich tatsächlich schon eine ganze Menge, wo ist er denn hin, 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 ne, egal, da gehen wir halt erst mal rein, und, gehen wir mal weiter, ich weiß gar nicht, warum es schon wieder so kalt ist, bräuchte wahrscheinlich einen Terminator, das ist noch ja nichts, doch, was ist das, ich dachte, ich habe wieder mal voll los, ich habe wieder auch alle alles potenziell, okay, jetzt kann er, dann haben wir Kröte-Tor, oder, die nehmen wir mit, die können so weiter gehen wir, wieder raus, die sind schon neu, die sind raus, ähm, Ich glaube das ist auch noch so ein Randposten, es ist ja noch mehr. Auf jeden Fall sind wir gerade wahnsinnig viele. Welche haben wir hier hinten noch? Ich glaube da hinten kommt die eigentliche Ortschaft. Erst da läuft noch einer. So, jetzt werden wir gleich mal die Straßenseite wechseln. Viele haben hier noch EGW, aber wir brauchen Reifen. So, das muss ich überraschen, ob wir jetzt jemanden mitkriegen. Das sieht gut aus, der dreht sich weg. Okay, genau. Okay. Und dann gehen wir einfach mal. Etwas hier drüber. Dann sehen wir mal. Entschuldigung. 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 Entschuldigung einfach mal. Und damit sind wir doch schon in Ellen oder Heim. Wenn er dann genau das hier ist. So, schauen wir mal. Wir haben uns am Anfang. Da ist nämlich schon wieder jemand. Hat sie mich gehört? Das ist natürlich schlecht für sie. So. Nichts dabei. Was haben wir hier? Ich nehme das Ruhme mit. Weiß mir doch was schon was. So, jetzt schauen wir mal. Wir laufen mal unter das Ruhme. Da rein. Wir laufen mal unter das Ruhme. Vielleicht nehmen wir irgendwo noch ein kleines Obst. Da brauche ich hier mal ein Auto. Was wir glaube ich auch nutzen könnten. Hammer. Da hätte ich jetzt einfach mal jemassen. So, gehen wir hier ein. Na komm. Noch auf. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Hier ist ein kleiner Apfelplantage. Also Obstplantage. Mal sehen. Was wir hier noch machen. Dann werden wir eingeprompt. Guck mal. Kann man auf den Stinn nehmen. Okay. Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Auch nix. Okay. Ah, warte, die bist cool. Ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Da waren wir eh. Alles gut mit dir jetzt sind. Dann trinken wir auch mal mit an. Na ja. Schade. Okay. Da war schon nix. So, dann nehmen wir gleich das Haus mit. So, dann sehen wir was rauskriegt. Eigentlich interessiert mich nur, ob wir noch was Besonderes bieten. Wie z.B. dann fang mal was man hier oben tun muss. Also, was natürlich Besonderes ist. Ähm. Ja, wenn ich jetzt einfach mal mit. Auch wenn ich kein Gewerde füllen. So, was haben wir hier noch? Trainingswerken brauchen wir nicht. So. Nehmen wir auch mal drin. Also, wir reiten uns beide außen. Und schauen aber mal. Mal nachschauen. Ja, jetzt keine kompletten Autos. Ich hab das Gefühl. Auch da ist nix. Ja, das ist ziemlich glücklich. Wahrscheinlich nicht so groß. Aber... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn so groß? Das ist schon ganz fast. Ich bin schon mal gesagt, bringt nichts. Das ist irgendwas mehr am Wasser. Ich kann das hinführen. Verbringst du mir. Und was am Ende? Teil noch mal am Wasser. Wahrscheinlich auch nicht. Noch zwei. Machen wir zu. Okay. Muss er denn? Naja. Erstmal kurz demonstrieren, wie schlecht dieses Gewehrteil ist. Muss er denn? Ich weiß nicht. Eigentlich sind sie noch immer nach, wo ich gerade bin. Deswegen wäre auf jeden Fall noch ein Topf. Und eine Batterie. Wenn die Batterie nehmen wird, der Topf nicht. Nein, da liegt auch noch was. Okay. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Warte mal. Aufhören wir nicht gleich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Wie ihr seht. Ja. Ich hab mich nicht ernsthaft zu gebrauchen. Was ist denn hier drin? Was ist da drin? Nehmen wir mit. So. So. Jetzt bin ich noch ein bisschen. Warte mal. So. Warte mal rein. Warte mal rein. Warte mal rein. Hm. Tja. Ne, laden wir ein bisschen weiter noch. Was war denn jetzt für seine? Keine. Ah, es bleibt wieder schief aus, genau. So, okay. So. Ja. Den haben wir halt mit einem Schuss weggesetzt. Hm. Haben wir noch jemanden? Da kommt noch einer. So. Ach. 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 Okay. So. So. Wir stellen uns mal eine Tür. Auch zu. Lauten einfach noch. So. Komm mal rein. Bei dir. Na, bei dir. Ja. Wie. Komm mal rein. Da kommt noch nicht. Wie. Schau! 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 Ja, Piazina. Schau! Schau! Ja, da sind ja. Schau! Schau! Schau, das ist ja. Schau! Schau! von mir Manchmal brauche ich auch nicht. So, was auch noch? Da hat leider eine kleine Zusammenheizung. Oder irgendwas Besonderes haben. Die lagte nicht so aus. Von hier an. Auch hier ein relativ normales Haus. Da oben ist noch eine Plantage. Aber keine Tankstelle. Schauen wir mal irgendwo was zu finden. Eine große Plantage. Zauber ohne Essen. Na ja, ich glaube. Ich werde es nicht hinzu suchen. Dann möchte ich mir nach Hause laufen. Mal sehen. Mal sehen, ob wir noch eine Tankstelle finden. Was haben wir hier noch? Da bräuchte ich auf jeden Fall eine lange Tegelose. Was ist das denn? Paprika. Warum nicht? Hier haben wir noch irgendwas. BK18. Mal sehen. Mal sehen. Ich nehme es heute. So. Das ist auf jeden Fall in Greiner. Und das für eine Stadt. Gut. Jetzt haben wir noch etwas genau drauf. Die Blächerie hier. Ähm. Mast mir mal überlegen. Ob ich eine Blächerie nehme. Oder das Auto. Also überlege ich mir noch bis zum nächsten Mal. So. Jetzt hier auf jeden Fall mal das Ding durchsuchen. Mal gucken, ob es noch was anderes gibt. Und ja, ich würde sagen, wir wollen gut zielen, wir wollen gut nachher an. Und dann soll das Ganze auch funktionieren. So, hier, den nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir noch einen guten Abschluss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zunehmen. Macht's gut. Ciao.